Sag mal, Jona, hättest du vielleicht Interesse in einem gemeinsamen Projekt? Ja. Also, also es ist nur so ein Soft-Projekt. Soft-Projekt? Jetzt sind wir schon wieder bei den Clips, ne? Nein, nein, nein. Ähm, die Sache ist, ich baue hier gerade ein Haus. Ich merke so ein bisschen, dass ich nicht weiß, wie ich es in Gestalt... Hast du mich wiedergekickt, Jona? Nein. Ich hab dich nur einmal gekickt. Ja, ich dachte zweimal. Ich weiß auch nicht, ich bin gerade beschäftigt. Nein, ich hab dich nur einmal gekickt. Als du das zweite Mal geläftet bist, weiß ich auch nicht. Okay, okay, sehr gut. Steht mir das Haus. Ach, schon, ist das auch schon länger gebaut, ne? Oder? Ja, also das hier, was ich hier gerade baue. Und, ähm, ich weiß nicht, wie ich die Innenrichtung machen soll. Also, ich meinte, das ist Deko-Craft? Also, zum Beispiel, ich kenn mich, ähm, ich weiß halt nicht so... Sag mal, Jona, die Schatten da, ne? Ja. Die Schatten. Die in der Ecke hier. Welche Schatten? Sieh ich hier auch? Nee. Siehst du, ich muss... Schau, um sie nicht... Jetzt gehen zwei rum wieder los. War einfach eine kurze Fackelin schon, das ist gut. Oder? Sind sie weg? Nein. Komisch. Jetzt hast du meine Fackel aufgenommen. Ich hab eine fangen gelassen. Das ist, weil der Block da an der Wand... Oh, 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 oh. Aber ich frag mich ganz ehrlich, warum du nicht... Warum du... Egal. Wenn, hättest du die Grasblöcke in... ...in Schüsselblöcke reingemacht, dann hättest du... ...dann hättest du auch die Decke nur ganz flach machen können. Ja, das möchte ich nicht. Ich wollte es ein bisschen tiefer haben. Mhm. Ich glaube, ich hab das schon mal gesagt, ne? Ja. Und das kann man... Oh, das ist so gut gemacht eigentlich, Timoth. Ich bin immer nur zu blöd dazu. Du magst es irgendwie immer, deine... ...deine Hütten immer mit so flacheren Decken, ne? Du magst es immer ein bisschen zu lang. Manchmal ja, ich finde, das ist manchmal... So, ich fotografiere euch das mal, wie das aussieht. Ach, als ob da jetzt Tiere spawnen auf der Ebene. Das ist doch zum Kotzen. Guck mal, hier vor unserer Hütte ist ja auch wieder so ein dunkles Biom. Oh, Konrad. Äh, was? An dieser Kreuzung ist doch so ein dunkles Biom. Was ist das für eine Kreuzung? So, guckt euch den Mist an. Ach so, ja. Ich meine, diese dunklen Flecken, die sind überhaupt für der Karte. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung. Das sind das... ...Mitmenflecken der Erde oder so. Genau. Wie, wie eine Pigmentstörung. Das ist es. Alter! Mann, was? Unsere Welt kommt in die Pubertät. Zum Pickel. Sollten wir die mal ausdrücken. Alter. Oh, das dauert so lange. Ich stehe mir gerade so vor. Ich stehe mir gerade so vor, wie einfach einmal so die Erde aufreißt und dann da so, 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 so. Und dann, wenn ich die Schatten rauskomme als Flüssigkeit. Guck mal bitte den, das, was ich in die Gruppe gestellt habe. Ach, jetzt sehe ich die Schatten auf. Ach so, da soll ich gucken. Aber ich sehe sie erst, als du die Dings hingebaut hast, die Slaps. Mann! Ach so was. Warum sieht das so scheiße aus? Tja. Optionen. Ihre Sitzungen. Dann, Schunkloading. Jetzt, jetzt, jetzt fährt der Dingskrieg großen Schütze aus. Näh. Das war alles. Kannst du, hast du, hast du irgendwie, irgendwie so ein, so ein Lightning, irgendwas, was, das, äh. Oh, ich wusste, dass das passiert. Ah, nein. Jetzt, jetzt kriege ich ganz viel Obsidian. Oh, nee, jetzt habe ich es geschafft. Gott, da muss ich ja ultra schnell sein. Jetzt habe ich zwar immer Obsidian. Oh Gott. Oh Gott. Was, wie geht das mit Schiseln? Mann. Aber guck mal, Rufen, wenn du mal auf der Map guckst, jetzt hast du eine Insel. Das heißt? Dass du eine Insel hast. Wir haben eine Insel. Hä? Guck mal auf die Journey Map. Dann ist dieser, der eine Teil der Baumplantage ist jetzt eine Insel. Ah. Äh. Viel? Ach, schütt, hat das jetzt auch abgespielt? Ach, so. Ja. Nein, Rufen. Ich glaube, das ist wegen der neuen Bootenmord. Rufen hat heute einen richtig guten Tag. Erst das Traktor fahren, dann durchgefallen und jetzt ist das Spiel auch nicht so. Warum, warum willst du darüber nicht reden? Also, weil du jetzt, weil du jetzt keinen Bock hast? Oder, oder darf ich dir mal fragen, was das für eine Prüfung war? Das war halt die A-Prüfung. Die Prüfung, die ich bestehen muss, damit, ähm, ich alleine fliegen darf. Okay. Ich möchte darüber eigentlich auch jetzt... Okay, nee, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich glaube, ich hab schon mit meinen... Deswegen hab ich ja gefragt. Ich würde jetzt eigentlich gerne ein paar unschuldige Leute in... ...Wertifield erschießen. Ja, Philipp ist auf Bereitschaft. Ja. Also, er meinte, dass ich Bescheid sagen soll. Also. Ähm, du willst aber sicher noch weiter minecrushen. Ja, also ich... Ich möchte jetzt auch Jonah nicht den einzigen Spielkomponenten... Und davon abgesehen, also ich werde... Es ist ja auch jetzt schon wieder die 3-4-10er, ich werde auch langsam aufhören, glaube ich. Ich glaube, ich dir auch. Weil ich hab auch... Just in diesem Moment habe ich jetzt gerade mein alternatives Energiesystem komplett fertiggestellt. Also, mit allen... ...Dingern. Alternative. Wenn ich fast... Wieso hab ich jetzt immer noch viel zu viel? Viel zu viel. Aber ich, 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 ich. Ich bin schwer verrechnen. Guck dir eigentlich... Guck dir eigentlich... Guck dir eigentlich die Freuden hier? Nein, nein, nein. So hobidus ist er nicht. Es ist... Der interessiert sich auch nicht so dafür, glaube ich. Äh. Warum fragst du? Äh, es hat manche Probleme mit neuen Leuten kennenlernen. Achso. Naja. Ach, ich bin ja einfach mal so alleine. Wenn die noch magten. Abholen. Dann. Paar Unschuldige ab. Wie viel... Das ist mal eine Motivation zum Battlefield-Spielen. Nein. Musik ist schön. Ah ja. Dafür gebe ich auch mein Geld. Musik. Also ich finde das dann toll. Das ist eigentlich was... Ist eigentlich irgendwas in diesem Desert Garden? Ist das ein bisschen so... Jona, ich habe noch eine Frage wegen diesen, äh... Äh, Generatoren, ne? Wenn ich zwei... Ich komme zu dir. Nein, das geht auch von der Ferne. Wenn ich zwei aufeinander mache und nur oben den Energy Conduit mache, geht das dann auch? Oder muss an jedem Block einzeln ein Energy Conduit angeschlossen sein? An jedem Block einzeln... Achso, also deshalb... Deswegen hat Herbert also auch das so in Tiefe gemacht, ne? Weil ich hatte jetzt halt vier übrig, weil ich mich verrechnet habe. Ich voll Pfosten. Ähm... Warum baust du die so in die Höhe... Ach, oder soll der später auch noch Lavandwasser hin? Weiß ich nicht. Eigentlich nicht, aber ich hatte halt jetzt noch viel übrig. Und das... Wegen... Sonst... Sieht ziemlich lustig aus, wie es hier drin dampft und bodelt. Ja, ja, ja. Ist auch eine schöne Untergrundbeleuchtung. Ich glaube, ich lache das einfach. Ja, ich muss das noch ein bisschen schöner in Szene setzen hier. Gucken, wann. Oh, vielleicht... Die Wände vielleicht doch nochmal. Ja, ja, das kommt dann noch. Ich weiß nicht, Jürgen. So. Alles cool, wie sozusagen jetzt die ganze Maschinerie... Bitte nicht. Okay. Ja. Ja, genau, das ist halt so extra. Ich habe es, glaube ich, auch von der Höhe her zufälligerweise genau richtig gemacht, weil ich kann jetzt ja auf diesem... Auf diesem, ähm... Auf diesem Konto jetzt kann ich ja noch langlaufen. Das passt. Ach, hier ist der Tunnel zur U-Bahn. Ja. Das heißt ja, die U-Bahn-Strecke ist ja direkt bei deinem Fahrstuhl. So, ich baue das einfach mal komplett. So, dann habe ich hier keine... Dein Fahrstuhl ist ja jetzt direkt auf der U-Bahn-Strecke. Naja, genau. Das ist halt die Frage. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch keinen Fahrstuhl machen. Oh, da du baust den Fahrstuhl einfach über die Straße. Dann geht man sozusagen vom Fahrstuhl so an die Seite und dann kann man von den Seiten nach unten gehen. In der Treppe nochmal. Mal gucken. Ja, sowas in die Richtung jetzt. Oh, jetzt habe ich wieder... Oh, ich hasse es. Was... Wieder Iron... Oh, Gott. Dieses ewige Gecrafte hier. Mit diesen tausend Erzen. Irgendwann... So, ich perr auch gleich auf hier. Aber dat mache ich jetzt noch zu Ende hier. Jetzt sind auch schon wieder ein Zombie im Blumentopf, ey. Ja, wie gesagt, die mögen das irgendwie. Die sind ziemlich geil, Alter. Die werden noch richtig... Das ruhen wir eigentlich schon weg, ne? Ich werde das drinnen bleiben. Ich lasse es gerne. Okay. Nur wenn ich irgendwelche Neurischmann... Oh, 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 dann bitte sagen. Du bist ja nicht Herbert. So. Stimmt. Wir haben ja es ja vor kurzem mal wieder gesehen. Ja. So, das dürfen wir reichen. Alter, diese Water Gardens... Oh, jetzt habe ich einen kaputt gemacht. Wieso sind die am Land und nicht im Wasser? Ähm, weil die... Am... Sozusagen eigentlich auf dem Land wachsen und sich dann aufs Wasser aufbreiten. Weil ich kann sie nicht aufs Wasser setzen. Ich glaube, so war das damals. So. Fertig ist die Laube. Alter, Muscheln! Das wird jetzt ja nochmal richtig krass. Also das wird ja für mein Fischrestaurant sind ja die Water Gardens. Hast du die gerade abgebaut? Es war ein Versehen. Es war wirklich ein Versehen. Aber nicht alle. Ich höre, es war ein Versehen. Nein. Nein, ich habe wirklich nur ein Grab gebaut. Okay, alles gut. Weil die waren... Also eigentlich... Ich wundere mich. Die müssten sich eigentlich noch mehr ausbreiten. Was sie irgendwie nicht tun. Aber kann man reichs nicht so anpflanzen? Warte mal. Also wir beziehen sich... Ja, ja, kannst du auch. Also vor allem die Water Gardens fehlt mir auch noch am meisten. Sonst habe ich eigentlich alles. Water... Water... Kann ich... Nee, nicht... Langlaufen? Hä? Water Chestnut. Was ist denn das? Chestnut. Äh, Chestnut ist ähm... Oh, scheiße. Chestnut, chestnut. Was? Was? Keine... Ja. Was hat er gerade gesagt? Brustnuss. So, äh... Gut, ich... Ich kenne Chestnut. Ah, das ist ein Flugzeugchip. Ja, stimmt. Ja. Nein, stopp! Stopp! Oh, gerade so gerettet. Ziemlich bekannter sogar. Ist das... Auf geht's hier! So. Oh, das war ein schöner Ton. Ähm, so. Mit dieser... Oh, das sieht echt gar nicht mal so scheiße aus von oben hier. Mit dieser Beleuchtung. Cool. Na gut, ich würde sagen, ich beendere an dieser Stelle auch einfach mal die Aufnahme. Na gut, ich war doch, hat doch, äh, echt gut geklappt. Ich habe nicht gedacht, dass ich so, dass du doch reibungslos... Kannst du den Frosch mit dem Sammeln integrieren? Tut mir leid, ist das reingepackt. Was? Was? Den Frosch? Ja, vielleicht. Das werde ich bestimmt vergessen. Mal gucken. Vielleicht. Vielleicht. Wenn, wenn das auf dem Tante zu sehen ist, dann einen Daumen hoch geben. Nein. Lass. Nein. So. So, jetzt aber erst mal. Dankeschön for viewing dieses Video. Und dann bis zur nächsten Folge. Wir haben heute echt viel aufgenommen, ne, Jona? Wir haben heute Mittag. Und jetzt auch nochmal zwei Stunden, alter Finne. Bestimmt schon wieder alter Finne gesagt. Jetzt reicht es aber auch. Na gut. Jetzt, ähm, bis dann. Haut rein. Tschüss, die Kopfschule. Und tschau. Tschüss. Ja. So, jetzt aber. Tschau. Tschau.